Was machst du denn in unserem Bad? Verschwinde! Oh, dieser Wehrwolf! Unglaublich, wie viel Leben der immer hat! Oder Rüstung? Wie viel... Basti, der verprügelt mich hier gerade richtig. Warum macht er denn das? Ich bin in der Höhle, es ist dunkel und der Wehrwolf ist beschissen. Der stirbt einfach nicht. Ich hau jetzt ab. Simmerdip! Ja, toll. Jetzt ist der String drin. Alter, ey. Hast du es endlich geschafft, ja? Nee. Achso, nee. Ah! Wo bin ich hier? Ähm. Au. Wie kriegt man denn jetzt... Au. So ein Sheet. Wie, du willst Sheeten? Das kommt weg. Willst du Sheeten? Ja, will ich. Iks. Ich will drehen, Sheeten. Wo bin ich denn gerade? Kann ich mal auf die Map gucken? Nee. Es gibt ja nur die Minimap, ne? Ja. Voll ätzend. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine ganz einfache Map. Wenn man aufmacht und dann ist alles gut. Mann! Das will ja alles nicht so, wie ich das will. Ich esse erst mal was. Auf den Schock. Oh, der Wehrwolf kommt wieder. Ähm. Ich würde ganz gern hier eine Farbe sehen. Danke. Autsch. Ah! Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich renne weg. Hör mal, du hast mega krasse Ausrüstung und fängst an rumzuweinen, oder was? Jetzt wird wieder hell, ne? Jetzt kann ich endlich den... Ey, der Wehrwolf stirbt einfach nicht. Das ist unglaublich, wie viel Leben der hat. Den kannst du hauen und hauen und hauen und hauen und hauen. Hauen und hauen und hauen. Der stirbt einfach nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde nicht weg. So, Rot, String. Einen roten String? Mann, die Bienen gehen aber ran. Ja, das sind richtig heiße Schnecken, äh Bienen. Du bist so dumm. Nicht du, Basti. Das Skelett hier ist einfach ins Feuer gelaufen. Das ist ja dumm. Ja, sag ich doch. Ach, was ist das hier? So, ich brauche mehr Holz. Och, cool. Ich bin gerade durch Graviel geglitscht, oder so. Graviel. Dies. Da ist ja noch voll viel Zeug drin. Draußen ist es noch dunkel, oder? Weil ich höre hier fliegende Pferde. Hier ist es nicht dunkel. Wer? Hier ist hell. Ist's. Wow. Ähm. Ähm. Änderchest. Draußen. Jetzt bin ich fast draußen. Du. Änderchest hatten wir doch noch, ne? Oh, ja, wir haben noch Enderchest. Oh, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, ja. Falls, vielleicht weiß ich nicht. Glaube schon. Biiiii. Das Wasser? Das ist ganz normaler Wasser. Ganz normaler Wasser. Hm. Der Wasser. Haben wir doch keine... Hä, wir hatten doch noch... Ich hatte doch so viele Enderchests. Wir haben auf jeden Fall noch Enderpearls und so. Ja, ja, ja. Einfach bauen, Alter. Einfach bauen. Der kommt hier raus. Wie baut man nochmal eine Enderchest? Mit einer Perlen Obsidian und so'n Kram. Ja, aber wie muss ich den nochmal anordnen? Ach so, Wolle. Okay, Kiste hab ich nicht. Oh, die sind so süß, die Kleinen. Man sagt ja auch über Babys, dass Babys eigentlich süß sind. Aber ich find ganz viele Babys gar nicht so niedlich. Ja. Also manche sehen auch einfach nur nicht so hübsch aus. Das liegt meistens nicht an den Eltern. Aber gut, wie würdest du aussehen, wenn du nach neun Monaten irgendwie aus einem dunklen Loch hervorgekrochen kommst? Dunkeln, feuchten Loch. Ich glaube, ziemlich bescheuert. Ja. Das glaube ich aber auch. Wolle? Haben wir irgendwo noch Wolle? Ähm... Ja. So, welche Farbe haben wir denn hier? Gelb. Passiert da unten überhaupt noch was? Bei dir nicht mehr, nein. Bei der Baumfarm? So, ja, 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 ja. Hör mal, was ist mit deiner Farm hier? Bleibst du einfach stehen oder was? Boah, ich bin ja unterwegs. Ähm... Was sind das für Saplings? Oak. Ich muss dann noch mal gucken. Eigentlich warte ich ja eigentlich nur auf den Stein, aber... Der ist ja jetzt auch wahrscheinlich durch. Die Rubber Tree Saplings müssen alle raus. Ist alles Oak. Okay, das ist gut. Also unten in der Baumfarm, äh, jetzt nur noch, äh, ne? Oak. Oak. Ich wies Bescheid, Meister. Nur noch Oak. Ähm... Jetzt hat es doch gerade gebrannt. Ganz schön langsam, wie das hier wächst. Hör auf zu brennen, so. Oh, eine Höhle, hau. Höhle der Kondom mit Friends. Sollte mein Jingle werden. Noah. Funktioniert das, äh, Atomkraftwerk jetzt eigentlich? Ne. Da hattest du gesagt, brainfuck, hör ich auf, oder was? Brainfuck, aua. Naja, es geht, aber halt nicht für lange. Also nicht lange bedeutet wahrscheinlich irgendwie so, pfff, eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas. Aber wir können es einschalten, das ist kein Problem. Geht ja nichts kaputt. Ne, die brauchen wir nicht. Da geht nichts kaputt. Ähm... Ich muss das halt automatisieren, dass da die Cooling Cells reingebombt werden. Aber die Cooling Cells müssen ja auch erstmal gebaut werden. Weißt du? Und das ist wieder, das ist wieder so ein Rattenschwanz an... Dingen. Mhm. Hier sollte es eigentlich... Hier... Weg mit dem Scheißding. Hm. Hier sind die ganzen Diamanten. Hä-hä. Hä-hä. Achso, ja, ähm... Ich wollte dir mal sagen, was ich denn alles rausgefunden habe über ein Nuklearkraftwerk. Oder ein Kernkraftwerk. Denn... Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Wie das tatsächlich Energie, ähm... äh... Herstellt. Ja. Ich wusste nur, dass das eben mit Uran funktioniert. Aber was? Im Endeffekt ist nämlich so ein Kernkraftwerk tatsächlich nur ein Dampfkraftwerk, weil Uranstäbe, die funktionieren so, dass sie irgendwann heiß werden, wenn man sie eben benutzt und dadurch, dass das eben im Wasser ist, verdampft das Wasser und das wird dann genutzt, um Turbinen anzutreiben und damit wird Energie hergestellt. Das ist alles, also die Idee dahinter ist ziemlich simpel, das Blöde ist halt nur, dass man nukleares Zeug nutzen muss dafür, aber alles andere hat halt nicht so viel Energie, man kann nicht so viel Wärme erzeugen, ein mehr als zweischneidiges Schwert. Hallo Basti, ich bin wieder da, hier ist so viel Scheiße drin. Ja man, habe ich den hier, den habe ich hier noch, stelle ich den jetzt hier einfach hin, so drauf geschissen, wie das hier alles aussieht. Na Basti, ich denke deine Wortwahl, hier hören auch Kinder zu. Was macht ihr eigentlich hier? Dein sieht Scheiße aus. Fuck. Weiß dich mal ein bisschen zusammen, hier gehören auch Kinder zu. Meine Kinder hören nicht zu. Und dementsprechend ist ihr das alles egal. Das ist mir vollkommen wuppe. Ähm, das ist ja jetzt blöd, dass das so komisch aussieht, also, puh, nicht? Vielleicht muss ich einfach... Nein, nein, nein. Das ist so besser? Ach, Mann. Was denn, Franz? Ich verworre mich hier ständig. Nee, das sieht auch nicht gut aus. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht das richtige Material gefunden, um hier die Bahn zu bauen. Die Bahn? Bahn. Die Bahn. Die Bahn. Wo fährt denn die hin, die Bahn? Ins nimmer satte Superland. Wurde ein Transportpip und die brauchen war dann, äh, diese. Dann kommt hier drunter eine Engine. Franz, hier drunter kommt eine Engine. Boah, Basti. Boah, mir ist so schwindelig. Basti. Boah. Boah, Basti. Ich glaube, ich stürze ab. Ah, Moment, scheiße, ich habe den Hovermode nicht ausstellen können. Aber dich interessiert es ja auch nicht. Nö. Wie ging das denn nochmal mit dem Hovermode? Ähm. Oder ist es wahrscheinlich bei dir anders, weil du ja neu installiert hast. Naja. Ach, scheiße. Äh. Arx, äh, Key Config. Key Config. N. So. Nein. Doch, Key Config. N. Okay. Ja. Tatsächlich, ich muss das nochmal umlegen. Aber ich kann jetzt hier einfach... Ach, Mann, Mann, Mann. Okay, zeig mir, was du gemacht hast und was du machst. Zeig mir, was du gemacht hast. Oh mein Gott, was... Das funktioniert ja noch nicht. Das ist ja viel schlimmer als unser Electric Room. Fuck. Krass. So. Und das für beschissene Bienen. Wieso... Scheiße, es baut immer nur eins. Das ist ja interessant. Äh, hier ja. Ach, nee, die hat... Ach so. Jetzt verstehe ich meinen Fehler. Er hat no energy. Genau, richtig. So, jetzt muss ich hier unten nochmal schnell ein bisschen, äh, Energie reinballern. Äh, Schedrom. Und das wird wodurch, äh, bestromt? Durch die Solarkraft, ne? Genau. Das ist alles solar. Ja, das ist ja easy going. Du kannst ja noch viel mehr ranballern. Ja, ja, das ist... Das ist ja krass. Gelbe Farbe bekomme ich durch gelbe Blumen, ne? Jo. Gut, dass du so viele Blümchen hast. Du darfst nicht so viele Blümchen kaputt machen. Ja, ich kann ja jederzeit wieder nach. Äh, 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 ne? Pflanzen. Gelb. No. Und... Gelb. Zack. Ha, ha, Holz. Oakwood. Ist das einzige, was ich benötige. So, da ist jetzt Oakwood drin. Es ist so dunkel. Diese Rainbow Oak Leaf Bäume sind super. Muss ich nochmal sagen, die haben wir aus dem Twilight Forest, oder? Ja. Super, super Dinge, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Ich glaube, da gehe ich jetzt auch nochmal zurück in den Twilight Forest. Tu das. Einfach, weil mir, äh, weil ich nichts anderes kann gerade. Ich bin so, ich bin so ein schlimmer Mensch. Das bist du tatsächlich. Wieso habe ich hier eigentlich Barrels dazwischen gehauen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Ja, die Barrels sind sinnlos. Ich hätte halt ganz gerne so einen Zwischenspeicher gehabt, aber das funktioniert ja gar nicht. Die werden ja einfach mal immer weiter rausgepumpt. Das ist ja irgendwie blöd. Aber letzten Endes funktioniert es nun. Das ist... Was für eine scheiße Franz ich hier zusammengebaut habe. No, arme Basti. Aber es funktioniert. Das ist ja irgendwie blöd. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017